Koma Getränke Burgdorf. Für Bier, Mineral und Wein. Ohne Wasser kann der Mensch nicht überleben, aber ohne Wein und Bier wäre das Leben nur halb so lebenswert. Als regionaler Partner von Feldschlösschen haben wir den direkten Draht zur vorzüglichen Bierquelle in Rheinfelden, wo sorgfältig altbewährtes und modernes Bier und viele Spezialitäten gebraut werden. Wir von Koma Getränke bieten Ihnen ein breites Angebot an Getränken für jeden Anlass und wir sorgen jederzeit zuverlässig für genügend Nachschub. Schon seit 50 Jahren beliefern wir Hotels, Restaurants, Kantinen, Vereinslokale, Feste und Private. Planen auch Sie einen grösseren Anlass? Wir vermieten Ihnen die ganze Infrastruktur, wir beraten Sie gerne bei jedem Vorhaben. Inhaber Hugo Kummer, die beiden Töchter Priska und Brigitte und zahlreiche erfahrene Mitarbeitende unseres Familienbetriebes sorgen täglich dafür, dass die Getränke rasch von unserem Depot in der Buchmatt zu den Empfängern in der ganzen Region Burgdorf gelangen. Haben Sie Dorst? Rufen Sie uns an! Wir, die Hummerburben und Meiji von Burgdorf, beliefern Sie auch die nächsten 50 Jahre zuverlässig, mit vorzüglichen Getränken für jeden Anlass. Kummer Getränke Burgdorf – für Bier, Mineral und Wein.